Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video hier. Das ist mehr eine kleine Art Aufklärungsvideo von mir, denn ich habe gerade erst mal meine Webseite wieder nach den neuen EU-Richtlinien versucht etwas fit zu machen. Es wird nämlich immer schwieriger irgendwie in Deutschland noch eine Webseite zu betreiben, ohne irgendwo in ein Fettnäpfchen zu tappen. Wir wissen ja alle, wir brauchen Impressums, wir brauchen ein Disclaimer und dergleichen. Und jetzt kommt noch was weiteres dazu und zwar die EU-Richtlinie zur Verwendung von Cookies. Also wenn ihr in irgendeiner Form Cookies auf eurer Seite direkt oder indirekt verwendet, müsst ihr darauf hinweisen. Google empfiehlt bis zum 30. September 2015 diese Richtlinie bitte auf den Webseiten umzusetzen. Und wie ihr das macht, das ist ziemlich komplex gelöst. Ich poste euch einfach mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu einem Anbieter, der ein kostenloses Tool zur Verfügung stellt. Hier folgt ihr einfach den Anweisungen, generiert euch einen Text und kopiert ihn bitte in den Head eurer Webseite. Somit habt ihr dann das, was ich auch habe. Hier so ein kleines Pop-up-Menü, was einfach von unten hoch poppt. Und wo dann quasi die Besucher eurer Webseite mit Goit oder mit Zustimmen zustimmen müssen, dass sie quasi einverstanden sind, dass ihr Cookies verwendet. Des Weiteren solltet ihr noch eine Seite auf eurer Webseite generieren, wo ihr erklärt, was ihr mit den Cookies macht oder wozu ihr sie verwendet. Und wie ein Endnutzer sie abschalten kann. Wie genau ihr das macht oder was ihr da für Texte reinschreibt, das überlasse ich mal euch. Das sollte eigentlich ein Rechtsberater euch erklären und nicht irgendjemand aus dem Internet. Denn wenn hier der Text nicht korrekt formuliert ist, kann das nach hinten losgehen. Jetzt werden viele aufschreien, oh meine Webseite benutzt garantiert keine Cookies. Das ist problematisch sozusagen. Viele von euch benutzen AdSense oder blenden AdSense Werbung auf ihrer Webseite ein. Und viele von euch benutzen auch Amazon Links und ähnliche andere Tools oder andere Bausteine, die man auf seinen Webseiten einbauen kann. Und diese Anbieter wiederum verwenden Cookies. Ihr verwendet sie damit dann automatisch auf eurer Webseite auch, um Daten quasi von euren Usern unbewusst einzusammeln. Besonders in der Form, wenn ihr Werbung auf eurer Webseite anbietet, durch Werbeflyer, Werbebanner und dergleichen. Ich sage halt wieder Amazon, Google Werbung und so weiter. Da werden die Cookies verwendet, um herauszufinden, welche Werbung für den derwährlichen Nutzer, der gerade auf eurer Webseite umhersurft, quasi geschaltet werden soll. Also benutzen doch viele direkt oder indirekt halt Cookies und müssen dann nach der neuen EU-Richtlinie dann irgendwie doch darauf hinweisen und um Erlaubnis fragen, dass sie diese Cookies einholen können. Es gibt noch viele andere Tools, Bezahltools, wo ihr dann 4 Dollar oder 10 Dollar im Monat bezahlen sollt. Und die managen das dann für euch. Es ist halt immer eine Frage, ob für einen kleinen YouTuber so ein Betrag überhaupt in Frage kommt, wenn man dann jeden Monat nochmal 10 Dollar oder 20 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro für irgendwas ausgeben muss, was sowieso vielleicht gar nicht mal so richtig funktioniert. Ich sage halt, mir wird es langsam zu kompliziert, eine Webseite hier in diesem Land überhaupt noch zu betreiben. Denn der Aufwand wird immer größer. Man muss immer mehr Mist beachten, um überhaupt noch irgendwie eine abmahnsichere Webseite auf die Beine zu stellen. Und dann wird innerhalb von wenigen Tagen wieder irgendein Gesetz geändert und zack ist die Webseite wieder nicht abmahnsicher. Noch schlimmer ist es, wenn man ja einen Shop im Internet betreibt oder dergleichen. Da hat man ja noch viel mehr Mist zu beachten. Es wird noch viel schwieriger für Shop-Betreiber. Und da muss sich auch mittlerweile hier in dem Land wirklich keiner mehr wundern, warum keiner mehr irgendwas Selbstständiges macht. Denn die Geschichte wird immer mehr kompliziert und man bewegt sich eigentlich immer mit einem Bein in der Abmahnfalle. Und das ist echt mies von der EU, von diesem Land. Und das wirkt eigentlich meiner Meinung nach alles ab. Wie gesagt, ich habe euch mal in diesem Video dazu informiert. Schaut, dass ihr vielleicht eventuell diese Richtlinie umsetzt. Wer halt sagt, er braucht das nicht, bitte eure Geschichte. Lest einfach mal im Internet dazu nach. Googelt einfach mal EU-Richtlinie zu Cookies und bläst euch halt mal selber und bildet euch eure eigene Meinung, ob ihr es braucht oder ob ihr es nicht braucht. Ich sage mal so, ich gehe mal auf Nummer sicher und versuche es einfach auf meiner Webseite umzusetzen, da ich nicht schon wieder irgendeinen Anwaltsschreiben bekommen will oder wieder irgendjemand haben will, der mir irgendwie an den Karren scheißen kann. Denn wenn ihr irgendwelche Richtlinien nicht umsetzt oder eure Seiten nicht abmahnsicher gestaltet, ja, wie soll ich sagen, ihr bietet dann Angriffsfläche. Irgendjemand auf YouTube mag euch vielleicht nicht oder auf Facebook oder sonst irgendwas und kommt dann eventuell auf die Idee, euch eins reinzuwirken. Ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit hier eins reinzuwirken zu bekommen ist wahrscheinlich noch sehr gering. Aber wie gesagt, man sollte die Lücken schließen, solange sie existieren. Das gilt zum Beispiel auch für das Impressum und dergleichen. Es gibt zwar immer noch viele beratungsresistente Leute da draußen, die halt denken, sie brauchen das nicht, bitte sollen sie es tun. Aber wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, gestaltet eure Seiten, eure Facebook-Seiten, eure YouTube-Seiten, eure Webseiten einigermaßen rechtssicher und haltet es ein bisschen auf dem Laufenden, denn es muss einfach nicht sein, dass ihr dann euch quasi im wahrsten Sinne des Wortes mit einer riesen Zielscheibe auf dem Kopf ins Internet stellt und dann zum Abschluss selber freigebt. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein paar kleine Infos zur Verfügung stellen. Hat euch das Video weitergeholfen? Gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, so klickt einfach hier unten auf die Anmerkungen, so kommt ihr zu weiteren meiner Videos. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, schaut doch einfach auf einen meiner Kanäle vorbei oder abonniert einen meiner Kanäle, denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Marc auf YouTube.